morning guys wir sehen hier den dax 30 im wochenchart und also vorbörslicher handel wir sind hier noch vor vor 9 uhr 8 44 jetzt gerade deswegen mag ich diesen trecker sehr gerne weil man da eben auch schon vor 9 uhr was sieht auf jeden fall ja ich würde mal sagen nicht so schnell seht ihr wie die wie die wochenkerze hier nach oben zieht in richtung 10.000 punkte 9970 9972 9973 74 76 77 79 ja wenn ich jetzt noch date reden würde 80 oder das soll sich mal ein bisschen hier so nicht zu stark jetzt nach oben laufen und zu schnell weil dann wieder die gefahr besteht ja das ist ganze kurzfristig verpufft ja dieses ewige hin und her schön ruhig bleiben mein lieber schön ruhig ja leute ich habe hier gestern noch mal video nachgeschoben irgendwann gestern nacht und mitternacht oder sowas wir werden sehen was da heute auf uns zukommt und sind es im morgen und dann ist die woche eh schon wieder vorbei ich muss jetzt ein paar sachen arbeiten hier weil sehr überraschenderweise gibt es doch einige firmen die tatsächlich noch was tun und wenn die was tun dann muss ich auch was tun beziehungsweise meine kunden und von daher ist es alles tun sich also ein paar parallelwelten aufnahmen also manche sind komplett die haben komplett out of business und einige die sind extremst im stress ja wenn es natürlich wieder am stärksten trifft das sind die ganzen kleinen ja die offline die geschäfte und diejenigen die eben auch nicht irgendwie digital was machen können weil alles im physischen business sind also die quasi souvenir läden und sowas die kein online shop haben der ganze tourismus mit anderen worten die ganzen teppichhändler ja auf der straße in italien alle out of business ja ich weiß nicht wer von euch schon mal in italien war die ganzen afrikaner die letztendlich die 20 euro gucci brillen auf der straße verkaufen die irgendwelche chinesen im hinterhof in neapel produzieren ja ihr kennt das spiel dort naja ihr könnt euch mal eine doku reinziehen von schaut mal auf youtube heißt es jetzt galileo glaube ich oder so und gibt da mal ein auf dem kanal nach wie nennt sich jetzt diese ware fälschungen aber von von markenartikeln ist dann natürlich riesengroß und das ist natürlich alles offline klar ist mir ganz lustig wenn du zum beispiel in rom bist und auf das auf der spanischen treppe und dort ich einfach mal ein bisschen ausruhst oder so vom seitsehen und sie ist dann diese 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 straßenhändler und zu gewissen ja tageszeiten kommt dann ab und zu die finanzer vorbei ja und tritt in den arsch da müssen die sozusagen ihre sachen packen und kriegen werden die ein bisschen verkloppt eingesperrt werden die fast gar nicht wenn einfach nur vertrieben ja weil es gar nichts bringen würde auch über die gar keine gar nicht so viele gefängnisse hätten und man siehst du wenn da wo die finanzer ist dass da da verpissen die sich dann ja und am anderen ende wo es ist wie so ein katz und maus spiel ja und es ganz interessant als tourist sich da hinzusetzen mein kaffee zu trinken sich ein bisschen auszuruhen und dieses spiel mal zu beobachten naja ich weiß ich war ja damals öfter mal dort jetzt schon länger nicht mehr und es hat einfach nicht viel dort wenn du in italien leben willst besonders norditalien geht vielleicht noch ja die südtiroler sagen sowieso sie sind keine italiener aber alles was südlich ist von bologna ja ja verona bologna venezia schon das auch nicht nur tourismus ist auch keine stadt wo ich leben wollen würde aber selbst florenz ist nur tourismus ja da gibt es uns nicht viel zu tun ich war dort so häufig ist es super schöne stadt aber kannst du weder dort nur tourismus von start angestellt sein oder lehrer ja und dann hast du natürlich das paradies auf erden verdienst natürlich auch nichts aber muss nicht sehr viel tun ja als lehrer in italien nee am besten noch sportlehrer weil der unterricht welt ständig aus weil es nämlich keine turnhallen gibt ja in rom und florenz gibt es keine ja nicht so wirklich ausreichend sport facilities also sporthallen und so weiter wenn du dort sportlehrer bist dass du eigentlich quasi immer frei kriegst trotzdem dein gehalten also es gibt da sachen in italien da könnte ich euch ewig lang erzählen vielleicht sollte ich mal ein buch drüber schreiben ja so jetzt mir fast schon bei 10.000 punkte angelangt meine lieben damen und herren während ich hier ein bisschen von italien erzähle 9.980 82 also ich glaube mal dass wir bis es 9 uhr dann sozusagen offiziell der markt öffnet sind wir mal ganz locker bei 9000 hätte ich doch gestern noch ein bisschen siemens aktien nachgekauft also man kann ihr wirklich zu sehen wie das ding halten darauf läuft wie es gestern schon gesagt habe 10.500 punkte sieht jetzt aus wie ein katzensprung ja vor zwei tagen haben uns noch groß gefragt ob das möglich ist naja so ist die börse meine damen und herren jetzt immer schon bei 9991 ja also ich wünsche euch viel erfolg weiterhin und behaltet die nerven das muss ich auch immer wieder zu mir selber sagen deswegen sage ich auch zu euch und vergesst nicht noch was zu arbeiten auch ja das gilt auch für mich also bis dann tschüss